hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video zu die siedler online heute geht es gleich um zwei themen zunächst einmal werde ich mich kurz mit den änderungen auf dem live server befassen die es beim update vom 23.03 2022 gab anschließend werde ich mich deutlich ausführlicher mit dem oster event 2022 befassen was hat einigen tagen auf dem test server zu finden ist beim update vom 23.03 2022 gab es einige verbesserungen im spiel dies führt nun nicht dazu dass das spiel wieder so stabil und gut läuft wie es noch viele von früher kennen aber es ist eine starke verbesserung zu den versionen nach der umstellung auf unity ich kann jetzt natürlich nur meinen eindruck nennen die performance im spiel ist viel besser als vor dem update ich selbst habe es an zwei bereichen getestet zum einen abenteuern die viel flüssiger laufen man muss immer noch aufpassen dass man nicht zu schnell zwischen zwei generellen wechselt aber bei weitem nicht mehr so lange wie vorher auch sind mir beim wegschicken der generelle keine großen verzögerungen aufgefallen wie es vor dem update sehr oft der fall war die sonorefreshes hatte ich kaum noch bis überhaupt nicht mehr sie sind mir zumindest nicht aufgefallen neben den abenteuern habe ich auch das berüchtigte sternmenü als testobjekt genutzt vor dem update hatte ich rund 35 minuten gebraucht um alle entdecker wegzuschicken nach dem update waren es knapp über 20 minuten und ich habe zwischendurch noch im gilden-chat etwas geschrieben an der stelle muss und will ich noch viele grüße an meine gilde querschläge richten ich freue mich schon dass wir bald wieder hoffentlich mehr spielen können und uns häufiger im online sehen ich verlinke euch alle änderungen und verbesserungen auch bekannt als changelog vom 23.03.2022 in der video beschreibung ich kann aber jedem nur empfehlen der in den letzten wochen und monaten abstand vom spiel genommen hat vielleicht doch mal wieder rein zu schnuppern oder sich anzuschauen auch von anderen spielerinnen und spielern habe ich fast nur positive rückmeldung zum update gelesen gebt dem spiel nummer eine chance es lohnt sich denkt dabei daran vor dem login einmal den cage vom browser zu leeren wenn ihr es noch nicht getan habt der erste login kann dann etwas länger dauern eventuell müsst ihr auch noch einmal refreshen also neu laden und damit will ich meinen rückblick auf das update auch beenden und hoffe dass es noch weitere ähnliche updates in zukunft gibt ich bin allerdings da sehr optimistisch dass es passieren wird und damit komme ich zum oster event 2022 dieses befindet sich seit kurzem auf dem testserver und bekam bereits mehrere updates spendiert zum glück denn eines der neuen gebäude hat auch bei mir für einen sohn crash gesorgt konnte mich zwar einloggen aber kann dann schlicht nicht ins spiel bevor die insel geladen war ging es nicht weiter das wurde am 29.03.2022 mit einem update korrigiert also heute bei allen infos handelt es sich um daten und informationen vom testserver die sich noch ändern können und auch werden es sind auch noch nicht alle neuerungen bekannt und im spiel implementiert dazu aber später beim kaufmann mehr das oster event geht insgesamt 21 tage plus vermutlich 7 tage abschaltphase wie es üblich ist bei den siedlern online in der abschaltphase könnt ihr noch restliche event ressourcen handeln und beim händler eintauschen bekommt aber abgesehen vom handel und für edelsteine keine weiteren event ressourcen der beginn vom event ist noch nicht bekannt ich tippe aber auf mitte april genau genommen tippe ich auf den elften oder den 18 april tendenziell eher der elfte april an der stelle noch eine ganz kurze anmerkung meine geliebte pollen allergie hat wieder begonnen und daher schnaufe ich eventuell manchmal und die tonqualität wird nicht so optimal sein wie ich es gerne hätte aber zurück zum wesentlichen beim oster event 2022 wird es wieder einen event kalender mit verschiedenen belohnungen geben dabei gibt es zwei verschiedene türen 15 normale türen und sechs spezial türen die hier so leicht golden schimmern die spezial türen lassen sich nur öffnen wenn alle vorherigen türen geöffnet wurden lockt euch am besten einmal am tag ein und öffnet die türen verpasste türen lassen sich mit edelsteinen also für echt geld öffnen hinter den spezial türen befindet sich immer eine auswahl an belohnungen die bereits jetzt sichtbar sind die belohnungen der normalen türen sind erst beim öffnen sichtbar ich werde in die video beschreibung eine aufliste mit allen türen posten und versuche diese regelmäßig zu aktualisieren wenn es mir möglich ist auch werde ich eine empfehlung abgeben welche belohnungen ihr nehmen solltet wenn es eine auswahl gibt schaut also wenn ihr wollt gerne später noch einmal hinein auch beim oster event 2022 wird es ein event gebäude geben welches ihr hier zu sehen könnt dieses event gebäude ist in diesem jahr ein lagerhaus welches man auch ausbauen kann das kann sich zur live version noch ändern um das auch gebäude auszubauen müsst ihr erfolge machen und an einer bestimmten anzahl von erfolgspunkten könnt ihr das gebäude ausbauen im letzten jahr waren es glaube ich 800 erfolgspunkte die man machen musste um das gebäude auf die maximale stufe auszubauen die größte ausbau stufe vom event gebäude wird vermutlich wieder stufe 6 sein wie im letzten jahr insgesamt gibt es rund 33 erfolge zu erledigen die erfolge belohnen euch mit zusätzlichen belohnungen etwa der event ressource gestreifte eier die ich jetzt nur noch ostereier nennen werde weil es einfacher ist oder auch mit förderungen erfolge sind zum beispiel eine bestimmte gesamtmenge an ostereiern mit entdeckern finden oder die störenfriede zu besiegen die meisten erfolge erledigen sich automatisch wenn man das spiel spielt macht euch also wegen der hohen anzahl von 33 erfolgen keine großen sorgen das geht nebenbei und da ich gerade bei den störenfrieden bin bleibe ich noch kurz dabei die störenfriede sind gegner die sich auf der event insel und etwas nördlich vom rathaus befinden ich zeige sie euch gerade hier man kann die störenfriede militärisch besiegen oder mit hilfe von friedens angeboten die freunde und gildenmitglieder auf die störenfriede anwenden müssen diese können im raritätenlage oder proviant lage hergestellt werden sind die störenfriede besiegt bekommt ihr ein paar ostereier und die störenfriede kehren nach etwa einem tag zurück und werden dabei etwas stärker bis zu einer maximalen stärke die event ressource sind die ostereier und diese gibt es durch viele möglichkeiten mehr als bei den meisten anderen events zu bekommen die meisten ostereier bekommt man sicherlich durch die entdecker am besten ist es natürlich wenn ihr bereits einige geskilled habt wie ich die meisten entdecker skille und in welcher reihenfolge habe ich bereits in einem video beschrieben auch dieses werde ich euch in der video beschreibung verlinken zusammen mit infos wie viele ostereier standardmäßig bei verschiedenen suchen gefunden werden zudem habt ihr die möglichkeit ostereier auf der heimat insel zu finden diese sehen so aus sie sind recht gut erkennbar durch die blaue farbe empfehle hier auch den frühlingspark diesem könnt ihr euch für fünf minuten alle sammelgegenstände anzeigen lassen gerade bei einer vollgestellten insel oder wenig zeit zum suchen es ist immer noch die beste möglichkeit alles zu finden zudem findet ihr in vielen aber nach aktuellem stand nicht in allen abenteuern ostereier eine alphabetische liste findet ihr vermutlich auch in der video beschreibung oder eher noch in einem der kommentare unter dem video damit ist darunter nicht so unübersichtlich wird neben den abenteuern schreibe ich noch die mutmaßliche anzahl an ostereiern hierfür das beenden von den abenteuern bekommt das sind noch keine finalen werte sondern infos der letzten jahre die hoffentlich grob stimmen eventuell wird es auch wieder eine abenteuer saison geben sogar ziemlich sicher dann geben einzelne abenteuer mehr belohnungen wenn es so ist werde ich die entsprechenden abenteuer markieren und die menge in der ostereier entsprechend anpassen es lohnt sich diese abenteuer dann zu spielen nicht nur wegen der ostereier auch wegen der anderen zusätzlichen belohnungen weitere ostereier bekommt ihr ab stufe 17 über die quest rein die nach und nach freigeschaltet werden und wenn ihr spielt auch über die expedition also das sogenannte pvp dort allerdings nur als belohnung für das erobern von einer kolonie nicht für die regelmäßige zahlung von rohstoffen wichtig sind auch die gilden quests die einmal für das abschließen der quest ostereier geben und auch nach ablauf der gilden quest je nachdem wie viele gildenmitglieder die quest beendet haben weitere ostereier geben je mehr mitspieler die gildenquest beenden desto mehr belohnungen bekommen also alle gildenmitglieder die bereits erwähnten störenfriede geben auch einmal am tag ein paar ostereier und durch die erfolge könnt ihr noch einige weitere bekommen ostereier sind zudem handelbar wir können sie also auch von anderen spielern kaufen oder an diese verkaufen wenn euch das lieber ist natürlich gibt es noch die möglichkeit für edelsteine also für echt geld ostereier zu kaufen die gesammelten ostereier will man dann natürlich auch ausgeben und dafür gibt es eine ganze fülle von möglichkeiten hier ist der reihe nach durch wobei ich die bereits bekannten sachen aus den letzten jahren nicht ausführlich behandeln werde bereits bekanntes wird man sich vermutlich nicht oder nicht so oft kaufen können wenn man es bereits beim letzten event geholt hat das spezialisten paket ist aus dem letzten jahr und beinhaltet für 5999 edelsteine vier spezialisten und 14 premium tage sowie kleinkram für edelsteine kann ich keine empfehlung abgeben das muss jeder für sich selbst wissen ist jetzt kein must have kann man sich aber zweimal kaufen wenn man will das gebäudepaket beinhaltet drei mäßig spannende gebäude und zwei prächtige freundförderungen für 5995 ostereier wenn ihr das paket noch nicht habt oder wieder kaufen könnt ist es aufgrund der beiden freundförderungen ziemlich okay das super paket beinhaltet einen romantischen entdecker ein einsamen general ein mäßig nützlichen geologen wenn man keine besseren hat dazu noch das hübsche aber relativ nutzlose spar kostet einmal 12999 ostereier vor allem der romantische entdecker ist sehr gut der rest ist auch ganz okay das bar muss man ja nicht ausbauen kann man sich holen auch wenn es recht teuer ist und wenn man es noch nicht hat der hasenstall ist zweimal für 7599 ostereier kaufbar er produziert aus getreide in 14 minuten magische zauberbohnen ich mag das gebäude sehr gern und habe es auch bereits ein paar mal auf meiner eigenen insel stehen damit lasse ich dann das schloss permanent produzieren ohne mir groß gedanken machen zu müssen dass es irgendwann mal keine produktionsressourcen mehr hat ob weitere versionen noch nützlich sind bezweifle ich dann aber sobald das schloss läuft läuft es mehr braucht man davon eigentlich auch nicht die statue der liebenden hat einige sehr nette förderungen die man mitnehmen kann kann man zweimal für 3995 eier kaufen der ausbau kostet weitere ostereier weitere gebäude reduzieren die abklingzeit es lohnt sich also nicht mehr als ein gebäude auszubauen die wundersame frühlings resistent residenz bietet platz für maximal 650 bevölkerung die kosten sind mit 10.995 ostereiern sehr hoch plus 2000 noch für den ausbau von stufe 7 auf 8 dennoch eine gute möglichkeit übrige eier auszugeben und damit kommen wir auch zu den neuerungen im jahr 2022 beginnend mit der süßigkeiten fabrik die in den letzten zwei tagen den testserver gecrasht hat zumindest bei mir sie ist für 1399 ostereier kaufbau und produziert förderungen weitere versionen lassen sich für edelsteine kaufen wenn man möchte welche förderungen genau produziert werden können weiß ich nur nicht und traue ich mich auch gerade nicht nachzuschauen in der angst dass es wieder crasht ich werde das aber später nachholen und euch dann die förderungen wenn bekannt ebenfalls in die video beschreibung posten ich habe mir die fabrik bereits einmal geholt finde sie allerdings nicht im stern obwohl ich sie gerade gekauft habe ich werde sie mir aber unabhängig davon in der live version sehr wahrscheinlich einmal holen egal wie gut und schlecht die förderungen sind ich sammle solche gebäude ganz gerne ein neues wohngebäude sind die hasenhöhlen sie bieten 160 bevölkerung auf einer zweimal zwei fläche platz das gebäude kostet 2750 ostereier und weitere lassen sich für edelsteine kaufen wenn ihr es wollt dieses gebäude ist für mich reine resteverwertung wenn ganz am ende noch etwas übrig ist das sind die chancen gut dass ich mir die hasenhöhlen auch zulegen werde nach den wundersamen gebäuden das gebäude kann ich leider auch nicht zeigen aus den gleichen gründen wie bei der fabrik ich finde das gebäude nicht im sternmenü obwohl ich es gekauft habe alles andere als resteverwertung ist der flauschige entdecker der eventuell noch leicht anders heißen wird er ist für 3999 ostereier kaufbar oder für 4799 edelsteine er löst mal eben den bisherigen event spitzen reiter ab den schnee entdecker der flauschige entdecker hat eine geschwindigkeit von plus 200 prozent und bringt plus 400 prozent event ressourcen mit aus meiner sicht ein absoluter pflichtkauf für jeden spieler mindestens für die ostereier vielleicht auch für die edelsteine wenn ihr welche ausgeben wollte und könnt spart euch bereits jetzt ein paar bücher um diesen entdecker direkt zu skillen es lohnt sich absolut die wundersame generalin ist für 3599 ostereier oder 4499 edelsteine kaufbar sie macht etwas schaden hat dabei einen langsamen angriff sie kann 200 truppen standardmäßig mitnehmen und hat mit 30 minuten eine sehr lange reise zeit zu abenteuern zudem erholt sie sich nach einer niederlage erst nach vier stunden also ebenfalls sehr lange die kampfrunden dauern bei ihr doppelt so lange wie bei allen anderen generellen dafür hat sie ein extra leben wenn ich es richtig interpretieren und halt standardmäßig direkt mal 45 prozent der truppen zum blocken und so als vorwähle kann ich mir die generalin sehr gut vorstellen das waren auch alle neuheiten beim event 2022 dennoch gibt es noch einige sachen über die man sich darüber hinaus holen kann die mütterliche entdeckerin für 2799 ostereier sollte man sich holen mehr entdecker sind immer gut und die mütterliche entdeckerin ist ganz in ordnung die konzerthalle verkürzt vor allem der rekrutierungszeit für kurze zeit massiv und zwar sowohl in der kaserne als auch in der elite kaserne wenn man sie noch nicht hat oder gerne haben will um die abkling zeit zu reduzieren holt sie euch sie kostet zwar 7899 ostereier aber das lohnt sich durchaus die wundersame residenz für 9995 ostereier ist günstiger als die eigentliche eventversion und kostet im ausbau zudem keine event ressourcen man spart also quasi doppelt sie bietet ebenfalls 650 bevölkerung platz auf einer 2 x 2 grundfläche die titanhenne für 3995 ostereier ist noch nutzloser als das war denn sie verbraucht wertvolle ölsamen für ein bisschen titanerz der frühlingspark für 2945 ostereier hingegen ist großartig er bietet viele förderungen die sich durchaus lohnen beispielsweise wie bereits erwähnt die anzeige von allen sammelgegenständen auf der insel für fünf minuten prinzessin so ist eine anständige entdeckerin für 2495 ostereier sollte man auf jeden fall mitnehmen zudem gibt es meine lieblingsgeneralin sylvaner für satte 5795 ostereier zu kaufen ich habe sie bereits einige male alle davon das gilt aber werde sie mir wahrscheinlich noch ein weiteres mal holen nutze sie fast überall gerade bei längeren abenteuern mit vielen gegnern wenn lohnt sich das war man so die laufzeiten reduzieren kann der vorteil von ihr ist dass die schnelle einheiten stärkt gegnerische schnelle einheiten schwächt und auf 50 prozent mehr erfahrungspunkte bringt die mischung ist für mich großartig ebenfalls eine erwähnung wert weil ihn doch viele nutzen ich weniger ist der vermutte general für ebenfalls 5795 ostereier gegen bosse ist er ganz okay die schwächt er auch die gegnerische defensive einheiten und wenn man mit viel glück auch noch sehr viel schaden verursachen kann in zehn prozent der fälle schafft er 5000 schaden die goldherzige geologin ist gut um gold zu suchen wie der name schon sagt habe ich aber bereits oft genug und hole ich mir daher nicht mehr für 1495 ostereier und das waren aus meiner sicht und alle wichtigen informationen zum event das video ist auch schon wieder länger geworden als geplant ich halte es aber gerade für die neuen spielerinnen und spieler für wichtig events auch zu erklären damit diese bescheid wissen und damit bedanke ich mich für das zusehen zu hören und das interesse am video lasst gerne ein like und oder ein abo da ich versuche zukünftig da das spiel jetzt besser läuft mehr videos zu produzieren beispielsweise auch zu den skillungen für alle generelle das ist bereits in planung wenn ihr noch fragen zum event habt könnt ihr mich gerne bei facebook anschreiben oder auch im discord ich bin bei facebook in den handelsüblichen gruppen zu finden und im discord vor allem beim dso talk den ich an dieser stelle ebenfalls noch einmal grüßen möchte bis bald und bleibt gesund